Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plusmod und jetzt sind wir doch im Grasland. War ja so ein bisschen die Frage, ob wir in der Wüste weitermachen, da hätten wir ja noch was zu tun gehabt oder ob ich das Offscreen mache und wir uns gleich hier treffen. Jetzt ist es so und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe nochmal ein paar Sachen ins Netzwerk eingelagert und unten beim Strom. Da hatten wir ja Invar, Kobalt und die schweren modularen Rahmen extra eingelagert, damit wir die ganzen Generatoren austauschen können. Das habe ich jetzt gemacht, aber allerdings nur bei der Treibstoffseite. Die ganze Dieselanlagen, die habe ich noch nicht gemacht. Jetzt war es so, eigentlich hätte ich gedacht, okay wir bekommen Engpässe mit dem Invar und dem Kobalt, aber am Ende des Tages war es tatsächlich der Turbodraht. Und da das hier schon ins Netzwerk eingelagert wurde, hatte ich da kein Vorrat mehr. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber die ganze Treibstoffseite ist jetzt fertig. Diesel müssen wir noch irgendwann machen. Wir haben jetzt ausreichend Strom, das passt. Und dann sollte es eigentlich hier weitergehen. Ist jetzt schon der zweite Versuch für die Aufnahme. Weil ich stande hier und dann wollte ich den Meilenstein fertig machen oben rechts. Dann hatte ich festgestellt, oh Mist, ich habe das ganze Messingzeug gar nicht ins Netzwerk reingetan. Das hatte ich vergessen. Dann bin ich wieder zurück, habe das Messing rein, bin wieder her. Und dann wollte ich das vierte Lager aufstellen, also das vierte Lager Blueprint. Und dann habe ich festgestellt, hä, ich habe keine Förderbänder. Die MK3 Förderbänder oder was das sind, die sind auch nicht im Netzwerk. Und dann musste ich wieder zurück und habe dann feststellen müssen, eigentlich ist alles angeschlossen, aber der Receiver hat nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ich musste den neu aufbauen, jetzt funktioniert es. Ja, war ein bisschen chaotisch. Ich habe mir dann gedacht, okay, was soll's, wir fangen jetzt einfach hier komplett neu an. Nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt hier ein bisschen was steht. Und die erste Festplatte ist fertig. Die schauen wir uns gleich mal an. Also, wir machen das hier tatsächlich. Ja, die werde ich irgendwann mal automatisieren. Dann haben wir die nächste Festplatte rein, 20 Stück haben wir noch. Also das hier zu der kleinen Vorgeschichte, warum jetzt hier schon ein bisschen was steht. Ich habe auch hier eingelagert den Kalkstopp, weil ich ja den Beton da hinten habe. Ich brauche das immer für die Foundations, die sollen nicht so weit auseinander sein. Und dann haben wir hier das ganze Stahlzeug. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem und zwar bekommen wir sehr langsam die Steilbetonträger ins Lager. Ich habe schon 384 eingelagert, ein paar habe ich in der Tasche. Wir müssten eigentlich noch kurz warten. Und jetzt war die Idee, dass wir hier noch ein viertes Lager hinstellen mit Förderbändern und so weiter und so weiter. Ging aber nicht, weil ich eben die Förderbänder nicht hatte. Das machen wir jetzt noch schnell. Und dann sollte das passen. Bis dahin haben wir den Meilenstein fertig. Ja, ist sehr chaotisch heute. So, das passt. Genau eine Foundation Abstand. Wunderbar. Dann müssen wir ja eigentlich nur hier das verbinden. Dann passt alles. Dann würde ich sagen, wir stellen jetzt hier mal die Stahlbetonträger ein. Dass wir die auch da haben. Und dann geht es hier mit den ganzen Förderbändern los. Beziehungsweise. Ja. Förderbänder und den Lottraht. 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 Wir gucken mal. Also. Die hier gehen rein. Dann haben wir noch irgendwo Förderbänder. Die hier. Und die hier. Und dann da drüben der Draht. Im MK5 Förderband muss man mal schauen. Wir können das ja auch immer wieder tauschen. Das ist kein Problem. Aber dann habe ich alles beisammen. Und ich muss nicht immer Ewigkeiten und 100 Kilometer laufen, um. Jetzt zum Beispiel Förderbänder zu holen. Das sollte jetzt eigentlich passen. Wir gucken mal ganz kurz durch. Was ist hier das Problem? Hier ist mixt. Achso, weil das. Der oberste Slot fehlt. Also es wird nur angezeigt, wenn oben links auch was drin ist. Jetzt. Hier ist schon das erste Vollgelaufen. Hier auch. Das passt. Hier ist aber immer noch sehr wenig drin. Die Stahlstangen sind voll. Wie viele habe ich jetzt hier von 28? Und hier sind die ganzen Förderbänder. Das Kontext ist natürlich ein Schmarrn. Wunderbar. Gut. So, wir schauen mal ganz kurz, ob wir die Stahlbetonträger haben. Die nötigen. Ich glaube nicht. Wir müssen vielleicht noch welche mit der Hand machen, kurz. Ja, aber nicht mehr viele. Das bekommen wir hin. Ich bin gespannt, was mir noch alles fehlt im Netzwerk. Aber jedes Mal, wenn ich zurücklaufen muss, weil ich zu dumm war, es zum Einlagern, kommen wir wieder einen Schritt weiter. Und irgendwann haben wir alles. Das kann ja gar nicht sein. So, fertig. Jetzt müssen wir mal schauen. Also. Erstmal gucken. Zwei pro Minute. Und hier auch zwei pro Minute. Da fangen wir definitiv mit den Motoren an. Weil da brauche ich das Vierfache. Also. Um Gott, der Sven. Bis auf den Gummi müssen wir alles machen. Computer haben wir nicht ausreichend. Motoren haben wir nicht ausreichend. Die Frage ist halt bloß, brauchen wir tatsächlich die vollen 100%. Das Problem ist, selbst wenn wir 100% haben, zwei pro Minute. Dann dauert das 500 Minuten. Bis der Weltraum nicht voll gelaufen ist. Und wir müssen gucken, was wir währenddessen machen. Also wir fangen mal an. Ich will halt nicht mehr machen, weil am Ende des Tages brauche ich sie nicht. Und das wäre dann schlecht. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir, wo machen wir das? Es wird nämlich wahrscheinlich jetzt eine etwas größere Anlage. Autosave. Ja, wir machen das einfach hier. Hier dann. Ganz genau. Ja, ich werde es am Anfang noch ein bisschen immer zum Lager laufen müssen, um Sachen zu holen. Weil einfach noch nichts ein Netzwerk drin ist. Was ist denn eigentlich mit dir schon wieder ein Kollege? Tschüss. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich den Weltraumlift hierher hole oder ob ich ihn drüben lasse. Eigentlich ist es egal mit dem Netzwerk. Tatsächlich. So, wir gehen noch ein bisschen weiter rüber. Ich denke mal, es ist trotzdem nicht so schlimm jetzt, weil wir ja viele Grundressourcen eingelagert haben. Leim, das, den muss ich holen. Der ist noch nicht voll gelaufen. 500 Minuten. Na, da müssen wir irgendwas machen dazwischen. Ich bin kein Freund davon, den mal über Nacht zu laufen zu lassen, den Computer. Es soll ja eigentlich, eigentlich ein nahtloses Let's Play sein, was natürlich nicht immer funktioniert. Gerade die Lauferei jetzt wieder in die Wüste. Das schneide ich alles weg. Oder wenn ich so die Gebäude halbwegs schön mache. Gut, fangen wir an. Wir setzen jetzt einfach mal hier den Manufaktor hin. Bäm. Was brauche ich eigentlich hier? Oh Gott, der sind 20 Computer. Die automatische Verkabelung könnte ich haben, weiß ich nicht. Ist ja dumm. Das heißt, wir fangen mit den Computern an. Was habe ich jetzt hier hingestellt? Die hier, dann mache ich hier das hier. Dann brauche ich 26 Computer. Die Computer dürfte ich haben. Stack. Was hat noch gefehlt? Blei. Oh, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wir gucken mal ganz kurz, wie viele Computer da rauskommen. Also 26 ist natürlich schon eine Hausnummer. Das sind sechs Anlagen. Sechs Anlagen. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Dann mache ich jetzt als allererstes... Ja, muss noch mal weg, leider. So, ich mache hier auch irgendwo eine Kante. Ich bin nicht zu nah daran ans Hub. Da will ich auch eigentlich, das könnten wir gleich mal machen, spezial... ...mal einen Schredder-Container immer stehen haben. Ob der jetzt final da stehen bleibt, weiß ich nicht. Damit ich mal ein bisschen die Propos im Überblick habe. 44. Sortieren. Okay, gut. Also. Dann machen wir erstmal die ganzen Computer. Ist ja Wahnsinn. 26 Stück. 1. Mir geht mir gleich Kunststoff aus. Ja. 2. Schrauben. Die sind noch nicht vollgelaufen. Nein. Ich gucke einfach gleich mal. Vier Stück brauche ich noch. Ja, nur Schrauben. Bin ich dumm? Warum habe ich die Schrauben nicht eingelagert? Kann mir mal einer sagen, warum ich so dumm bin? Das macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Okay, wir müssen hier umdisponieren. Das ist natürlich jetzt bitter. Das Wichtigste habe ich vergessen. Also. Wir nehmen jetzt hier die Schrauben. Dann habe ich jetzt unten mal kurzzeitig ein Mischlager. Forschung ist fertig. Es wird schon wieder alles chaotisch. Soll ich dir ein bisschen Beton mit? Dann schmeiße ich das wieder weg. Das sollte es erstmal reichen. Dann haben wir jetzt natürlich nur die Schrauben. Dann brauchen wir allerdings jetzt noch ein Betonlager. Das ist doof. Ja, muss ich mich ja danach darum kümmern. Sollte es erstmal reichen. Wird ja jetzt auch wieder ins Netzwerk eingelagert. Weil kein Zwischenlager ist oder kein Endlager da ist. Also. Drei. Ach so, Schrauben fehlen hier. Stimmt. Vier. Fünf. Und hier viel Platz. Ach, kommt schon. Warum habe ich die Schrauben vergessen? Somit das Material, das man am meisten braucht. Gut. Also. Computer. Und hier gehen wir auf einen. Da sind wir bei sechs. Elf. 16. 21. Und 26. Wow. Okay. Ich denke mal, das bekommen wir niemals alles hier drauf. Die ganze Vorproduktion. Niemals. Aber da das fünf Anlagen sind. Sechs Anlagen sind. Machen wir das jetzt einmal so. Also Splitter. Sollte reichen. Dann geht es einmal hier lang. Einmal hier lang. Einmal hier. Und einmal. Hier. Jetzt habe ich wieder zwei Hilfslinien. Geil. Es ist die falsche. Hundertprozentig. Nee. Oh, ist das ätzend. Aber hilft ja nichts. Das passt. Dann fangen wir jetzt mit den Schrauben an direkt. Die Forschung ist fertig. Das schaue ich gleich. Ich schaue ich auch gleich mal rein. So. Also. Aber Schrauben sind es ja Gott sei Dank nicht so viele. Es sollte alles mit einem Förderband gehen. Okay. Förderbänder und den Lötrad. Passt. Hm. So. Dann kommen von hier die Schrauben. Ob die jetzt mit Netzwerk kommen. Oder ob ich die direkt irgendwie so hinbekomme. Jetzt mal schauen. Also wir haben 60 mal 15 sind 300. Und ganz hinten. Müssten es 12 sein. Ganz genau. Also 3 mal 12 Schrauben. Halt. Forschung. Dann bekomme ich ja noch ein Alternativrezept jetzt. Das wäre so geil. Na. Autoself. Ne. Das hatten wir letztes Mal schon. Das auch. Wir machen. Das sind immer die gleichen irgendwie. Dann machen wir jetzt das mal weg. Nächste Festplatte. Abbrat. So. 3 mal 12 Schrauben. Am Ende des Tages versetze ich das hier alles nochmal. Das ist jetzt halt hier nicht ein Stein gemeißelt. So. Hier bekommen wir 50 raus. Und hier auch. Aber da trage ich Eisenstangen. Das macht keinen Sinn. Also ist wahrscheinlich effizienter. 312. Also das sind auch schon wieder 6 Anlagen. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann stellen wir hier die 12 Eingleich. Passt. Wunderbar. Und da ist es eingestellt, oder? Ja. So. Jetzt fangen wir hier an. Es tut mir leid. Es ist wirklich sehr, sehr Splitter- und Fusionator-lastig heute. Weil wir jetzt wirklich mit den Grundressourcen um uns schmeißen. Aber ich war noch nie in der nächsten Phase. Deswegen müssen wir machen. Wir hätten es vielleicht von der Weinfolge ein bisschen anders machen sollen. Tatsächlich, dass wir vielleicht erst die Motoren herstellen und dann den Umzug machen. Dann hätten die schon mal ein bisschen produziert werden können. Dann kommen wir hier für so eine Art von hin. Also da brauche ich tatsächlich keine Netzwerke. Oh, damit habe ich mir schon wieder... Passt das? Das passt irgendwie nicht richtig. Ach, weil das von da kommt. Hier komme ich. Die machen wir einfach so. Passt. Dann müssen wir halt nachher noch die mittlere Reihe anschließen. Gut. Das war nix. Also, ich sollte vielleicht mal jetzt kurz Strom machen. Also, es ist es angenehmer tatsächlich mit einem Schweberucksack zu bauen als mit einem Jetpack. Jetpack ist halt so zum Laufen ganz geil oder wenn man irgendwelche Distanz hinterlegen muss. Also, Moment mal, irgendwie... Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber wir machen es vernünftig. Ja, das ist das Problem. Ich brauche einfach den hier. Man kommt einfach immer... Hier einer her. Hier fehlt jetzt einer. Schwere gewohlt, Leute. So, haben wir aber. Gebrauchen 12,5 25 50 62,5 Und hier unten 65,5 65,5 Da wird einer nicht reichen. Nein, 2 Crushed Iron 65,5 Das sind wir bei 20,5. Richtig? Ja Dann fusionieren wir die beiden zusammen. Also, die Schrauben haben wir gleich. Und das Einfachste. Wir können übrigens mal ganz kurz gucken, wie es mit dem Strom ausschaut. 20.262 Also, ich würde behaupten, wenn wir den ganzen Diesel noch austauschen, upgraden, die Generatoren, dann kommen wir ganz leicht auf 25.000. Also, wir haben Puffer. Dann kommt jetzt hier einen Splitter her. Wir machen hier auch mal einen hin. Jetzt fehlen schon wieder Schrauben. Ich drehe durch. Oh, wir sollten jetzt eigentlich ausreichend da sein. Ein Stack. Nice. Mann, Mann, Mann. Also, das hier kommt dann weg wieder. Das mache ich woanders hin. Gut. Das bedeutet, wir brauchen Crushed Iron. Wir runden auf. Wir müssen uns aus dem Netzwerk holen. 14 Und 30 Also, 34 So, Netzwerk. Hier ist eins. Na. Ich setze hier mal gleich einen Masken noch her. Weil, den werde ich auf jeden Fall brauchen. Wie viel Crushed Iron haben wir denn überhaupt noch? 129. Das ist auch nicht mehr so viel. Ist irgendwie Strommasten zur Zeit. Bin ich da ein bisschen penibler geworden. Also. 14 Und 44 Die ziehen wir jetzt ab. Ich Heute Nein. 85 Passt. Stahlschrauben. Die werden auch noch eingelagert. Die müssten aber eigentlich bald voll sein. Obwohl, ich weiß nicht, wie schnell die produziert werden. Äh, nicht so schnell. Dann schließen wir gleich mal die zweite Reihe ein. Schließen die ganzen Anlagen ans Netzwerk, also ans Stromnetzwerk an. Ja, hier habe ich sogar vergessen. Wir haben ja gar nicht aufgefallen. Dann wundere ich mich wieder. Öh, funktioniert es nicht? Übrigens Leute, wenn ihr das ganze Chaos, was jetzt wirklich abartig ist gerade, feiert, dann dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Wenn ihr eine coole Sache, würde mich mega freuen. Ah, das bekommen wir schon gewuppt. So, da müssen jetzt eigentlich die ersten Schrauben kommen. Ganz genau so schaut es aus. Ich schließe es jetzt mal an Strom an, dann kann das hier schon mal mit den Schrauben volllaufen. Was mache ich jetzt eigentlich hier? Ganz... Ah, nein, mache ich nicht so. Immer zwischen zwei. So, Schrauben fertig. Das war das Einfachste. Dann brauchen wir Platinen. Du kacke. 30 Stück pro Anlage. 30 Platinen. 60, 90, 120, 150. Ich schaue gleich. 150, 156 Platinen. Wo wurden die noch mal produziert? Mach mir nicht schwach. Wurden die hier? 156. Tatsächlich. Auch wieder vier Ressourcen. Und es kommen bloß 20 raus. Ich sehe gerade, wir werden wahrscheinlich ein Riesenproblem bekommen. Also ein erweitertes Riesenproblem. 156. 156. Man kann grob sagen, das sind acht Anlagen. Dann wären wir bei 160. Das würde bedeuten, wir würden ein 8 und 960 Lötdraht bekommen. Wir brauchen 960. Ich glaube, wir hätten jetzt sogar noch ein bisschen was über in der Wüste, was ich jetzt nicht angeschlossen habe. Aber wir haben nicht mehr viel. Sehe ich jetzt nicht, weil es gerade voll läuft. Wir haben vielleicht noch 200, 400. Das heißt, wir müssen eine komplette Lötproduktion nochmal neu aufziehen. Ich brauche ein Alternativrezept für die Platinen. Ne, das muss ich mal anders machen. Dann lassen wir jetzt die Platinen erstmal aus, in der Hoffnung, dass was Neues kommt. Wir machen mal die Kabel. Wir machen mal die Kabel. Das sind auch... Die gleichen Zahlen müssten auch 156 sein. Ah, Mist. Jetzt ist ein bisschen Hoffen und Beten angesagt. Wir gucken mal. Das sind auch wieder Sex-Anlagen. 1, 2, 3, 4, 5, eine noch. Und hier gehen wir auf 6 runter. Ist das bitter. Ist das bitter. Ich glaube, Pupfer haben wir noch genug da. Wir können gleich mal ein bisschen rumspinnen. Was passiert, wenn ich... ...kein Alternativrezept bekomme. Ich glaube, es war hier. Genau, hier. Wäuchte ich mindestens 6 Anlagen. Das heißt, ich habe noch 6 mal 120 Kubik geschmolzenes Blut. Das ist gar nicht so schlimm, tatsächlich. Weil wir haben sehr viel... Das ist Zinn und das ist Blei. Gut, Blei haben wir noch 129 da. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Aber beim Zinn haben wir 700 da. Das würde gehen. Das würde gehen. Aber es hilft nichts. Wir müssen jetzt trotzdem erst mal das hier machen. Scheiße. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich auch 50% runtergehe. Dass ich mir sehr viel im Computer spare. Pass auf, jetzt mache ich alles fertig. Und ich bekomme ein Alternativrezept für den Computer. So ein richtig Einfaches. Mann, Mann, Mann. Befürchte, das wird sich jetzt noch so ein bisschen so weiterziehen. Aber noch ziehen wir aus den Ressourcen von der Wüste. Also wir haben ja noch keinen Miner aufgestellt im Grasland. Oh, jetzt geht die ganze Spitzeparty wieder los. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Haukenkabel. Äh, Draht. Ach du Scheiße. Ganz kurz. 60, 120, 180, 240. Geht. 240, 300. Und hier sind es 312. Moment. Ja. Ich dachte schon, ich brauche zwei Förderbänder. Also 312. Dann kommt der ganze Draht von hier. Ja. Ja. So, gebt mir jetzt bitte mega viel Draht. Einfach gemacht. Einfach. Das wird so nicht stehen bleiben, glaube ich. Oh Gott. Das werden 30. Oh, da habe ich direkt die Kupferbahn. Hier habe ich die Kupferstangen dazwischen. Und hier Kupferbleche. Das lohnt sich. Das ist hier alles nichts. Das ist hier alles Mist. Dann müssen wir das so machen. Das sind 2, 4, 6, 8, 10 11 Anlagen. Willige Kacke. Da hinten wäre übrigens Kupfer. Okay, 11 Anlagen. Das hilft nichts. Lass mir hier mal ein bisschen Abstand. 1, 2 Das geht mir Eisen aus. Das könnte tatsächlich schon wieder da sein. Nein, ich nehme ein Beton mit. Dass ich das immer mal ein bisschen auffülle. Wird aktuell nicht mehr eingelagert. Was ist hier drin? Achso. Kann man auch mitnehmen. Was ist hier? Also Constructor. Fehlt mir sonst noch irgendwas? Versteckte Eisenplatten. Die habe ich auch noch nicht eingelagert. Ja, wir werden jetzt nach und nach immer mal wieder ein bisschen was einlagern. Also. Physisch einlagern. Komme ich da auch hinter? Hallo? 11 Stück brauche ich. Ah, das müsst ihr gehen. Also. Dann. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Um eine Sicherheitsfrontation. Dann können wir da gleich Kupfer eigentlich nehmen. Nein. Also machen wir jetzt nicht. Wir nehmen erstmal das, was im Netzwerk ist. Dass es rauskommt da. Davon hatten wir gesagt. Den hier, gell? Nein. Den hier. Steuerung C. Steuerung V. Wir müssen auch unbedingt. Ich habe schon eine Idee, was wir machen. Während die eine Milliarde. Motoren und alles mögliche eingelagert werden. Wir müssen unbedingt bei den Schnecken weitermachen. Und ich würde gerne endlich auch mal die Energiefragmente machen. Das wird die automatisieren. Das ist auf jeden Fall jetzt zu viel Draht. Ich muss noch einmal auf 12 runtergehen. Wir müssen jetzt hier die ganze Personatoren hin. Halt, ich mache erst den Strom. Ja gut, wenn die Anlage wird gigantisch mit dem ganzen Lötzeug, dann kann es natürlich schon schnell sein, dass uns der Strom ausgeht. Das war falsch. Obwohl wir wirklich in schnelle Strom herbekommen würden, wenn wir einfach die Generatoren austauschen. Aber ich wollte es ja machen, aber es ging jetzt nicht, weil es hätte 100 Jahre gedauert, bis ich den ganzen Turbo-Draht zusammen gehabt hätte. Weil ich brauche, glaube ich, pro Austauschen 500 Turbo-Draht. Und das sind ja, weiß ich nicht, 50 Anlagen oder so. Bedeutet, wir sollten vielleicht auch anfangen beim nächsten Mal, wenn wir ein Lager hinstellen, das ganze Kateriumzeug einlagern. Dass ich das habe. Dass ich da einfach mit 10 Stacks Katerium hintergehe. Viel mehr. Und das Austausche, ja. Da müsste das passen. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass es heute sehr viel Splitter und Fusionatoren sind. So, dann passt das. Ja, das passt nicht. Also, ich habe mich noch nie, tatsächlich, noch nie so krass auf Forschungen gefreut. Ah, Mann, 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 Mann. Wenn alles steht, hundertprozentig, wenn alles steht, die Turbo-Motoren, äh, nicht die Turbo-Motoren, die Modular-Motoren, wenn die laufen, bekomme ich ein Alternativ-Rezept dafür. Anders geht's gar nicht. Es sind, wir machen jetzt das hier, dass es weg ist. Ja, und jetzt noch eine Festplatte rein, was soll's. Ihr wisst, was kommt, Leute. Sehr viele Splitter. Gut, wir müssen dazu sagen, wir machen jetzt die Computer für beide Sachen. Also, für die Modular-Motoren und die allertiven Steuereinheiten, die wir tatsächlich auch brauchen für das Netzwerk irgendwann zum Forschen. Irgendwas viel kämpfen. Du hast doch keine Chance. führ doch auf. Aber jetzt bitte langsam, wir müssen jetzt noch einen Haufen Schmelzöfen bauen und dann gehe ich davon aus, dass wir die ganzen Massen an Splitter weg haben. Wunderbar. So, wir brauchen, also hier sind sechs Kopfer, 15, 30, 60, 90, 120, 150, plus 6, sind 156. 156. Oh, gar kein Problem. Ne, Kupferbahn. 156, Kupferbahn. Ja, das fährt schon noch ein paar. Äh, Quaschkopper. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass es entweder Quaschkopper ist oder es hat verriet, aber ich glaube, ich habe halt nur das Kopper eingelagert. Nur das, was eh viel besser ist, wie ich finde. Ja, ach, da haben wir ausreichend. Also. Scheiße, wie viel waren das jetzt? 156 kann das sein. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mal 4, genau. Dann sind wir bei 90. Dann sind wir bei 135. Und dann noch mal 21. Passt das? Plus 21, ja, passt. Gut. Gut. Das ist mir zu viel grün bei mir. Das will ich nicht. Ja, das ist das Gras. Scheint ein bisschen durch. Das ist zu hoch. So geht das dann schon. Eisenplatten, die habe ich auch noch nicht drin, oder? Nein, wir machen jetzt fix noch die Verkabelung. Hast du überhaupt Sinn? Ja. Du gehst da hin. Mann, 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 Mann. Ja, die Eisenplatten müssten eigentlich bald voll gelaufen sein. Da werden eigentlich ordentlich welche produziert. Das heißt, sobald die voll gelaufen sind, fast, werden sie auch wieder ins Netzwerk eingelagert. Dann kann ich mir die E-Mail daraus ziehen. Ich muss unbedingt ganz, ganz, ganz wichtig bis zum nächsten Mal hier in die Ordnung reinbringen. Ich drehe ja komplett durch mit meinem Inventar. Das ist ja nicht mehr normal. Keine Handtasche der Welt ist so schlimm. Die Schrauben sind voll gelaufen. Das ist gut. So, Splitter. Hätte eigentlich gleich das Netzwerkkabel mitnehmen können. Ja, ich boxe dich schon noch irgendwann um. Allein damit mir die Anzeige nicht die ganze Zeit auf die Nerven geht. Sender. So, wie machen wir denn das jetzt? Gabel? Gut, die habe ich. Die habe ich. Das ist halt immer eine Sucherei. Das Einzige, was ich nicht im Netzwerk habe, das weiß ich, sind die polierten Quantenkristalle. Da haben wir aber noch 228. Und ich brauche immer bloß einen Pro-Stromasten. Also das sollte erstmal noch reichen. Ich nehme halt immer mal 100 Stück mit. Oder habe ich die eingelagert? Ich weiß es gar nicht. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie viel Kupfer wir brauchen. Also wie viel Kupfer erst das ist. Moment mal, bevor du es noch 20 mal unten drunterläufst. 30, 60, 90, 104. 104, dann gehen wir auf 403 runter. Dann haben wir immer noch viel. Also Kupfer haben wir wirklich viel. Nein. Heute nicht. Heute habe ich Stress. Heute will ich dich nicht hier haben. So, ich gucke mal ganz kurz die ganzen Anschlüsse noch so halbwegs durch. Das schaut alles gar nicht so scheiße aus. Ja. Hab's gewusst. Vielleicht war meine eigene Dumme nicht. Also, dann gehst du... Ne, Quatsch. Moment mal. Das sind die Kabel. Und die gehen jetzt tatsächlich dann da rein. Ja, ganz genau. Das sind schon die ersten beiden Kabel da. Die Förderbänder, die werden auch noch eingelagert, bis das Lager voll ist. Ja, das ist halt natürlich eine ekelhafte Zwischenphase, bis das alles einmal vollgelaufen ist. Aber das sollte irgendwann gehen. Oh Gott. Na ja, vielleicht auch nicht. Hier passt auch alles. Hier passt alles, oder? Müsste jetzt eigentlich theoretisch gleich die Forschung fertig sein. Eine Minute 22. So, wir gucken mal ganz nebenbei, was das nächste wäre. HyperTube? Nein. Also, freischalten? Ja, irgendwann. Sonnenenergie? Nein. Erstmal noch nicht. Tatsächlich wahrscheinlich das hier. Ja. Irgendwann mal. So. Ich hau jetzt mal Sachen weg, was ich nicht brauche. Das hier, das hier, das hier, das hier. Ja, das sollte das erstmal gewesen sein, so grob. So was hier. Das Gewebe kann auch weg. Das schmeiße ich komplett weg. So, passt. Also. Ein Kopor haben wir gemacht. Einen. Gleich einen zweiten. Wow. So, die 25 Sekunden warten wir noch. Währenddessen hau ich mal den Baum hier weg. Und die eine Schnecke, die da liegt, die geht wahrscheinlich die ganze Zeit auf die Nerven. Hier. Schmeiß ich direkt weg. Brauche ich nicht. Aber die hat die ganze Zeit, na, kann ich nicht wegschmeißen. Die hat die ganze Zeit durchgeleuchtet. Muss ich es einlagern. So, beim nächsten Mal kommt noch mal ein Lager dazu oder vielleicht sogar zwei. Mal schauen. jetzt wäre ein Kabelrezept gekommen. Cool. Sortiert das Katerium brauchen wir erstmal noch nicht. Bis jetzt schaut es sehr schlecht aus. Ich hau keine Festplatte mehr rein. Bis jetzt schaut es echt schlecht aus. Also ich würde sagen, wir warten sonst noch mit Platinen. Das nächste sind dann die modularen Rahmen. Da haben wir 30, 60, 75, ja, knapp 80, dann können wir mal sagen. Spemmerrezept. Also vier Anlagen, das geht. Das geht. Die Frage ist jetzt bloß natürlich, wir haben halt nur noch 85 Eisen. Ob das reicht? Wenn nicht, müssen wir das erste Mal hier unter uns ist eine Eisenquelle irgendwo oder Eisen ist genug da, eine Eisenquelle anzapfen. Das würde schon gehen. Das würde schon gehen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.